Hallo zusammen! Ein Stablecoin, der einem 7-8% Rendite im Jahr bietet, ohne dass man irgendetwas dafür tun muss. Man muss ihn nicht mal in einen Pool einlegen, man muss ihn nicht mal staken. Es reicht einfach, wenn man den Stablecoin in seinem Wallet behält. Ja, das löst bei mir so ein richtiges Milliardärsgefühl aus. Ich stelle mir vor, ich liege auf meinem Boot, in meinem Liegestuhl, ich genieße einen kühlen Drink und ich kann mich einfach nicht dagegen wehren, das Geld auf meinem Wallet wird immer mehr und mehr. Ja, und genau das ist etwas, was Libra Finance mit dem EUSD Stablecoin tatsächlich anbietet. Und ich habe es ausprobiert. Ich habe vor ein paar Tagen hier in diesem Curve Pool mir 900 EUSD gekauft. Ich habe das gemacht, indem ich USDC umgetauscht habe in EUSD. Und dann habe ich die 900 EUSD einfach mal so ein paar Tage in meinem Wallet liegen lassen. Und siehe da, es sind aus den glatt 900 EUSD inzwischen 900 EUSD und 47 Cent geworden. Und ich habe es tatsächlich, ich habe es auch mal durchgerechnet. Das entspricht wirklich ziemlich genau 7,3% Jahresrendite, die ich hier also quasi durchs Nichtstun abgestaubt habe. Aber echten Reichtum, den kann man sich nicht einfach kaufen mit USDC, sondern echten Reichtum, den besitzt man einfach ähnlich wie alter Adel, Ländereien von Generation zu Generation weitervererbt und verpachtet an die Bauern, die das mühsame Business des Ackerbaus betreiben, um von diesem Land leben zu können. Und genau ein solches Modell bietet Libra Finance ebenfalls an, wenn man einmal einen EUSD selber gemintet hat, wenn man den also erzeugt hat, dann bekommt man quasi sein Leben lang Rewards von Libra Finance in Form von ESLBR Tokens in Höhe von knapp zur Zeit 23%. Also diejenigen, die einmal einen EUSD gemintet haben, bekommen für diesen EUSD zur Zeit 23% APY an Rewards, ohne dass man diesen EUSD behalten muss. Man kann ihn sogar verkaufen, man kann ihn in Pools anlegen, man kann damit machen, was man will. Selbst wenn man diesen EUSD nicht mehr besitzt, weil man ihn einmal gemintet hat, weil man der Erzeuger des EUSD ist, bekommt man diese 23% sein Leben lang, kann ihn weitervererben, kann diese 23% weitervererben an seine Kinder und an die Folgegeneration. Okay, und jetzt bin ich gerade im Reich des Märchens, denn man bekommt diese 23% tatsächlich nur so lange, wie es auch Libra Emissionen gibt, wie es auch Tokens im Token Emissionen gibt. Aber immerhin, man muss auch wieder nichts anderes tun, als einmal EUSD zu erzeugen. Und kaum hat man das Ganze gemacht, ist es dem Protokoll völlig egal, was man mit dem EUSD macht. Man bekommt einfach diese 23% APY und die verteilt sich natürlich auf die geminteten Tokens. Das heißt, je mehr Tokens gemintet werden, desto kleiner wird diese APY. Aber immerhin, das heißt also, wenn ich bei Libra Finance einen EUSD minte, dann bekomme ich pro EUSD, also auf meine EUSD, einmal 7-8% APY im Jahr in Form von weiteren Stablecoins, nämlich in Form von EUSD. Die bekomme ich in Form von Airdrops. Diese Airdrops, die kommen kontinuierlich in mein Wallet. Das heißt also, ich bekomme wirklich jede Sekunde neue Rewards, die dann insgesamt im Jahr 7-8% Gewinn bedeuten. Und zusätzlich, wenn ich einen EUSD erzeugt habe, dann bekomme ich auch nochmal hier aus diesem EUSD Mint Pool Emissionen von ES Libra Tokens in Höhe von zurzeit 23% APY. Ja, und das klingt tatsächlich alles ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Und deshalb mache ich ja auch dieses Video, um Libra Finance mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und herauszufinden, kann das tatsächlich funktionieren oder gibt es hier irgendeinen Haken? Und ich kann jetzt schon sagen, natürlich gibt es irgendeinen Haken, weil nichts im Leben ist wirklich umsonst. Und ich bin jetzt hier auch auf der Webseite von Libra Finance. Und die einfachste Variante, wie man hier mitmachen kann, ist tatsächlich, man kauft sich einfach EUSD Stable Coins und hält die in seinem Wallet, bekommt automatisch nach und nach immer mehr EUSD rein. Und das macht dann 7-8% Rendite im Jahr aus. Man kann EUSD kaufen hier bei Curve, einfach USDC umtauschen. Dafür geht man also hier auf den Pool, auf Pools in Curve, gibt EUSD als Suchwort ein. Und dann bekommt man hier den richtigen Pool, EUSD slash USDC, geht da drauf, klickt auf Swap und kann sich dann eben USDC bezahlen und bekommt EUSD. Und sobald diese EUSD im Wallet drin sind, verdienen die 7-8% Rendite im Jahr. Und was kann man hier bei Libra Finance noch schönes machen? Das Wichtigste ist sicherlich ein Stable Coin, also die Stable Coins auch zu minten. Dafür geht man hier am besten oder am einfachsten auf Earn. Und hier ist dieser Mint Pool, der EUSD Mint Pool. Hier sind auch die 23% ungefähr APA. Die schwankt immer, es hängt natürlich davon ab, wie viele Leute insgesamt oder wie viele Stable Coins insgesamt hier gemintet wurden. Und es gibt eine gewisse Menge an Rewards, die quasi pro Block oder pro Minute oder sowas ausgeschüttet werden. Und die verteilt sich dann auf die Gesamtzahl der Leute, die minten. Und man bekommt die Rewards in Form von ES Libra. Das sind also quasi Escrowed Staked Libra. Das sind nicht direkt die Libra Tokens, die Tokens von diesem Projekt. Der Token steht zurzeit bei ungefähr 1,70 Dollar oder 1,80 Dollar. Und man bekommt also diese Rewards in Form von diesen Libra Tokens, die aber erst noch gewestet sind, die man erst noch über einen gewissen Zeitraum freischalten muss, sodass also auch die APA hier nicht ganz stimmt. Die ist so ein bisschen gemogelt, weil man ja seine Tokens nicht sofort bekommt und kein Mensch weiß, wie hoch jetzt tatsächlich der Kurs vom Libra Token ist, wenn man die Tokens dann tatsächlich in die Hände bekommt und so weiter. Das sind aber jetzt Einzelheiten, da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein. Jetzt erstmal, wie kann ich Stable Coins erzeugen? Das mache ich hier mit dem Knopf MINT EUSD. Dann lande ich hier auch im Dashboard. Also das ist quasi die zweite Möglichkeit, wie man hier rankommt. Und da muss ich hier eine Sicherheit hinterlegen in Form von Ether und kann dafür EUSD Stable Coins entnehmen. Und das geht aber nur in einem bestimmten Verhältnis. Ich muss sehr viel mehr Wert einlegen, als ich rausnehme. Ich muss also Ether einlegen, sagen wir mal in Höhe von, ich kann Ether einlegen in Höhe von 2.000 Dollar oder so. Und dann kann ich aber nur ein Darlehen in Höhe von 1.200 Dollar oder so rausnehmen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine 0,4 Ether reintun würde, die ich so ungefähr im Wallet habe, dann entspricht das ja einem Wert von 768 Dollar. Und dann kann ich mir maximal 666 EUSD minden. Ich kann also nicht quasi denselben Wert minden, sondern weniger. Und es ist sogar ratsam, noch weniger zu nehmen, weil es gibt hier quasi einen Mechanismus, der darauf achtet, dass meine Einlage im Wert nicht so stark verfällt, dass es nicht mehr genug Sicherheit ist für das Darlehen, das ich hier nehme. Und das heißt also, es ist sogar sinnvoll, hier vielleicht nur auf 400 Dollar runterzugehen. Das ist dasselbe Prinzip wie bei Aave, bei Liquity und den ganzen Landingplattformen. Und da möchte ich jetzt in diesem Video nicht mehr drauf eingehen, weil ich habe einige Videos dazu gemacht. Es gibt auch von anderen Leuten Videos zu dem ganzen Thema. Und das ist einfach jetzt hier, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Es gibt hier noch viel mehr Details. Schaut euch einfach erst mal an, wie Aave oder wie Liquity funktioniert. Wenn euch das Ganze hier nichts sagt. Ihr könnt also, man kann also hier quasi die EUSD minden, indem man Ether hinterlegt. Man muss ein bisschen Puffer lassen, damit der Ether immer mehr wert ist, den man hier einlegt, als das Darlehen, das man hat. Und wenn Ether runtergeht, dann hat man ein kleines Problem, weil dann werden Teile von den Ether verkauft, um quasi das Darlehen zu sichern. Das nennt man Liquidierung. Auch alles Themen Liquity, Aave, einfach mal schauen, wie das klappt. So, jetzt also, ich hinterlege hier 0,4 Ether und dann kann ich hier zum Beispiel 400 EUSD minten. Und genau das reicht schon aus, diese Aktion, um quasi hier in diesem Mint Pool mitzumachen. Denn diese Zahl hier, die hier steht, die 900 EUSD, das sind alle Tokens, die ich je in meinem Leben hier mit diesem Wallet gemintet habe. Und die Zahl geht auch nicht runter, wenn ich die Tokens wieder verkaufe. Das ist völlig egal, es reicht einfach, wenn ich die Tokens gemintet habe. Und dann habe ich halt Anspruch auf diese APR in Form von diesen Emissionen. An die Ether, die ich hier hinterlegt habe, komme ich jetzt aber nicht mehr ran, weil ich ja EUSD gemintet habe. Und um an die Ether wieder ranzukommen, muss ich meine EUSD zurückgeben. Und das geht hier auch über das Dashboard, über Repay EUSD. Und dann kann ich also hier quasi von den 900 EUSD, die ich hier quasi geliehen habe, einen Teil zurückzahlen oder auch alles zurückzahlen. Und erst dann kann ich meine Ether wiederholen. Und das wäre dann hier über den Withdraw Knopf. Also ziemlich einfach eigentlich. Und dann gibt es hier noch diesen Redeem Knopf. Und dieser Redeem Knopf, der ist ein großer Unterschied zu Liquidity oder auch zu Aave. Denn diese Funktion, die gibt es bei Liquidity oder Aave in dieser Form tatsächlich nicht. Und die Redeem Funktion, die dient dazu, dass wenn man einfach nur EUSD gekauft hat, also keine Sicherheit in Form von Ether eingelegt hat, dann kann man hier quasi auch seine EUSD zurückgeben. Und wenn man das Ganze macht, wenn man seine EUSD hier zurückgibt, dann bekommt man denselben Dollarwert in Ether. Das heißt also, man kann hier quasi EUSD gegen Ether umtauschen im Verhältnis 1 zu 1. Also ein Dollar wird dann zu einem Dollar in Ether. Also 0,00 irgendwas an Ether bekommt man für einen EUSD nach dem aktuellen Kurs. Und das hängt natürlich dann alles vom Kurs ab. Und die Idee hier hinter ist, dass dadurch in gewisser Weise die Dollarparität vom EUSD gesichert ist, weil man kann einen EUSD immer gegen einen Dollar in Ether umtauschen. Das heißt, wenn der Kurs vom EUSD fällt, wenn der EUSD sein Dollarpack verliert, dann gibt es hier ganz einfach die Möglichkeit, eine Arbitragegelegenheit zu nutzen. Denn wenn man quasi den EUSD für unter 1 Dollar einkauft, geht man einfach hin, holt sich dann für den einen EUSD den Gegenwert in Ether, der ja dann 1 Dollar ist, hat ein bisschen Gewinn gemacht. Vor allem, wenn man Ether verkauft danach gegen USD, dann hätte man also hier quasi Plus gemacht. Und das erzeugt natürlich quasi eine Kaufgelegenheit und einen Preisdruck nach oben. Denn je mehr Leute dann kaufen, desto eher steigt der EUSD wieder hoch. Das ist im Grunde ganz grob der Pack-Mechanismus, der hier hinter dem EUSD steckt. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, möchte ich aber auch in diesem Video alles nicht erzählen. Ist ein bisschen zu lang. Guckt euch einfach die Dokumentation an. Die gibt es hier, die ist sehr, sehr gut. Kann man schön nachlesen. Und damit das Redeeming sozusagen funktioniert, gibt es eben hier beim Mint Pool die Möglichkeit, sich selber als Redemption Provider zur Verfügung zu stellen. Denn die Ether, die müssen ja irgendwo herkommen. Also wenn jemand quasi seine EUSD redeemen möchte und dafür Ether bekommt, dann müssen die Ether ja irgendwo herkommen. Und diese Ether, die kommen tatsächlich von den Ether-Beständen der Leute, die hier gemintet haben, ihre Ether hinterlegt haben und sich hier auch gleichzeitig als Redemption Provider zur Verfügung gestellt haben. Und dafür bekommt man einen APR-Boost von 20%. Das heißt also, dann werden die eigenen Ether verkauft. Aber natürlich würde man dann automatisch Minus machen. Das würde kein Mensch machen. Und deshalb gibt es einen weiteren Mechanismus, der hier greift. Und zwar in dem Moment, wo man Redemption Provider ist, wo also die eigenen Ether an die Leute verteilt werden, die EUSD quasi umtauschen wollen. In dem Moment, wo das passiert, wo also der eigene Ether-Bestand angegriffen wird, reduziert sich die eigene Schuld um denselben Betrag wie Ether rausgehen, plus noch einen kleinen Bonus obendrauf. Und dieser kleine Bonus, der macht eben dann diesen APR-Boost aus, den man hier bekommt, von 20%. Und jetzt denkt man natürlich sofort, ah, das ist ja interessant, 23% plus 20% sind 43%. Und das ist leider eine ganz böse Falle, die sie eingebaut haben, denn es ist tatsächlich viel weniger. Weil wenn ich diesen Schalter umlege, dann habe ich hier einen Redemption Provider Boost von 20%. Das erhöht aber meine APR nur um schlappe 4,5%. Warum ist das so? Ja, weil 20% von 23% 4,5% sind. Das heißt, die 20% beziehen sich auf die 23% und nicht, das heißt also, es geht um ein Fünftel meiner APR und nicht darum, dass 20% aufaddiert werden auf die 23%. Also fiese Falle, muss man sich einfach gut überlegen, ob man hier mitmachen möchte, ob man das so haben will oder nicht. Und es ist eine Transaktion, ich habe es jetzt gerade gesehen, ich muss sogar auch Transaktionsgebühr zahlen, wenn ich das hier, diesen Schalter umlege, finde ich jetzt alles nicht so besonders spannend. Ich würde das Ganze im echten Leben tatsächlich nicht machen, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und jetzt ist natürlich immer noch die alles entscheidende Frage, wo kommen eigentlich diese 7-8% Jahresrendite her, die ausgeschüttet werden an die Leute, die EUSD einfach nur in ihrem Wallet halten und dafür noch nicht mal irgendwas tun. Und die Antwort auf diese Frage liegt tatsächlich darin, dass wenn EUSD erzeugt wird, dass ja dann auch eine Sicherheit in Form von Ether hinterlegt wird. Und diese Sicherheit in Form von Ether, die wird von Libra Finance intern im Hintergrund quasi bei Lido eingelegt. Und Lido, Ethereum Staking Protokoll, bietet 3 bis, sagen wir mal so 5% Jahresrendite an. Und die wird dann ausgeschüttet, diese Jahresrendite wird ausgeschüttet an diejenigen, die EUSD in ihrem Wallet haben. Natürlich wird auch noch eine Gebühr abgezogen, 1,5% gehen dann quasi an das Team und an diejenigen, die quasi hier den Mint Pool bedienen und so weiter und so weiter. Also da gibt es so eine Art Reward-Sharing-Modell. Aber die Frage ist natürlich so, wenn auf der einen Seite 3 bis 5% erzeugt werden, wie werden es dann am Ende 7 bis 8%, die ausgeschüttet werden? Also wo kommt da die Differenz her? Und die Differenz kommt einfach nur daher, dass ja sehr viel mehr Sicherheit hier in dem System hinterlegt ist, an Ether, als letztendlich an Dollar entnommen wird. Man kann ja nicht die volle Summe entnehmen, man kann ja nur einen Teil entnehmen. Das heißt also, auf der einen Seite ist ein sehr großes Volumen an Dollar, das 3 bis 5% erzeugt und auf der anderen Seite ist quasi ein sehr viel kleineres Volumen an Dollar, wo die 3 bis 5% hinfließen und dann da gleichmäßig verteilt werden. Und so kommt also diese Differenz zustande, dass an der Stelle 7 bis 8% ausgeschüttet werden können, obwohl nur 3 bis 5% erzeugt werden. Und das ist eigentlich auch schon alles, was hinter diesem Protokoll im Kern steckt. Und da liegt für mich tatsächlich auch so ein bisschen der Haken von Libra Finance und dem EUSD, weil es sich ja tatsächlich nur um ein Umschichten von Ethereum Staking Rewards handelt. Das heißt, ich kann eigentlich genauso gut auch meine Ether bei Lido Finance einlegen und dann bekomme ich da eben meine 4 bis 5% und wenn ich noch einen anderen Staking Pool finde, zum Beispiel bei Balancer, Aura Finance und so weiter, bekomme ich ja teilweise sogar 7 bis 8% auf meine Ether und hätte dann rein in absoluten Zahlen gesehen sogar dieselbe Rendite wie beim EUSD. Aber weil meine Ether ja mehr wert sind, also weil die Ether, die ich hier einlegen muss, die Dollarzahl höher ist als das, was ich nachher rauskriege, wäre meine Gesamtrendite sogar höher. Dafür spare ich mir dieses ganze Gehassel mit Lending, Borrowing, Collateral Ratio, Liquidierung und so weiter. Ich gehe einfach zu Lido Finance, tue meine Ether da rein und gut ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass Lira Finance hier so einen richtig schönen Sweet Spot gefunden hat aus verschiedenen Narrativen. Also das eine Narrativ ist natürlich das Stablecoin-Narrativ, dass im Grunde viele Leute gar keine Lust haben auf diese ganzen Kursschwankungen und Angst haben, dass quasi ihre Einlage im Wert runtergeht, während man irgendwo mickrige 7 bis 8% Rendite bekommt. Und das ist so das eine, was hier irgendwie, man hat einen Stablecoin, man kriegt den einfach, man kriegt seine 7 bis 8% auf einen Stablecoin, kein Risiko von Kursschwankungen. Zweite Narrativ ist natürlich das Airdrop-Narrativ. Ich kriege einfach so einen Airdrop, ich muss dafür nichts machen. Auch eine schöne Sache. Und dann kommt noch hinzu dieses Sicherheits-Narrativ, weil ich muss ja nichts staken, ich muss nicht in irgendwelche Pools rein, ich muss nicht irgendwelchen Smart Contracts vertrauen. Das ist so zumindest das Gefühl, denn der Stablecoin, der liegt einfach nur in meinem Wallet drin. Ich kann den ja auf mein Hardware-Wallet tun, dann kann mir den keiner mehr wegnehmen, außer mein Hardware-Wallet geht verloren oder so. Aber das ist super sicher, ein ganz anderes Gefühl, als jetzt in irgendein Protokoll zu investieren, das ich im Grunde gar nicht richtig verstehe und so. Und das ist so ein Sweet Spot zwischen diesen ganzen Narrativen, wo Libra Finance sich ganz genau reingesetzt hat. Und deshalb glaube ich, dass Libra Finance eine gute Chance hat, sich richtig zu etablieren. Und die Frage ist irgendwo, ist das tatsächlich so? Also ist das wirklich so sicher? Und da ist die Antwort natürlich ganz klar nein, weil hier ein System am Werk ist. Und das Risiko hier, das besteht natürlich in einem D-Pack des EUSD Stablecoins. Man hat jetzt so ein bisschen sich um dieses Thema auch gekümmert, indem man quasi die Rendite bei 7 bis 8 Prozent angesetzt hat. Man hätte ja mit einer anderen Collateral Ratio auch in die 10 oder 20 Prozent zielen können. Dann ist man aber schon so in diesem Terra-Luna-Bereich. Und da wissen ja alle irgendwie noch ganz genau so, alles, was über 10 Prozent ist, ist unseriös. Also gehen wir so auf 7 Prozent. Da sind wir über dem traditionellen Finanzsystem fast doppelt so viel, wie man irgendwie auf der Bank kriegt für das Geld, wenn man es in Tagsgeld oder Ähnliches reintut. Und das hat man also ganz, ganz geschickt hier positioniert. Und deshalb glaube ich, dass es eine gute Chance hat. Aber das D-Pack-Risiko ist tatsächlich da. Und es ist super real, weil man sieht, wenn man ganz genau hinschaut, hier zum Beispiel, dass man ja für 100 USDC nicht 100 EUSD bekommt, sondern 98 EUSD. Das heißt also, wir sind hier tatsächlich schon im D-Pack-Bereich. Der EUSD hat schon seine Dollarparität verloren. Aber in diesem Fall nach oben und nicht nach unten. Und jetzt kann man sagen, das ist doch eigentlich gut. Weil wenn ich hier irgendwie EUSD für 1 Dollar gekauft habe und der steht jetzt bei 1,02 Dollar, habe ich 2% Gewinn gemacht. Und das stimmt auch. Aber das Problem dabei ist, dass wenn, also man muss sich einfach mal anschauen, woher kommt eigentlich dieses D-Pack? Und das D-Pack kommt daher, dass quasi die Nachfrage nach dem EUSD bedient wird, nicht nur über das Minting, also die EUSD, die neu entstehen, die die Leute sich anschaffen, die kommen nicht nur aus dem Minting, sondern die werden auch durch diesen Pool hier zum Beispiel aus dem bestehenden Supply genommen. Das heißt, ein sehr begrenzter Supply, der nicht steigt, weil nicht gemintet wird, stößt auf eine gesteigerte Nachfrage von den Leuten, die keine Lust haben aufs Minting. Und dadurch geht der Preis vom EUSD weiter nach oben. Und man hat dann also quasi hier Mechanismen am Werk. Im Hintergrund könnt ihr in der Doku mal nachlesen, wie man also quasi diesen Preis auch deckeln will. Irgendwie so bei 1 Dollar und 8 Cent möchte man das Ganze deckeln. Aber man muss sich einfach mal vorstellen, man steigt jetzt so bei 1 Dollar und 8 Cent ein, dann kommt irgendwie ein neues Produkt und das Interesse nach dem EUSD geht wieder runter. Und in diesem Fall würde natürlich auch dieser ganze Preisdruck nach oben in sich zusammenfallen. Das Packing, das 1 Dollar 8, also das D-Pack auf 1 Dollar 8 würde runter kollabieren auf womöglich 1 Dollar. Und wenn man also oben eingestiegen ist, dann macht man direkt schon mal 8 Prozent Minus. Man würde also quasi eine gesamte Jahresrendite nur verlieren, dadurch, dass man viel zu spät eingestiegen ist. Und das finde ich irgendwie so als Risiko ist gar nicht wert. Weil danach hat man ja immer noch das D-Pack-Risiko nach unten, dass hier irgendwas schief geht mit diesem Protokoll. Und damit ist das für mich eigentlich eher ein No-Deal. Ich würde das Ganze nicht machen. Ich werde mir Libra Finance den Token ein bisschen anschauen, aber ich denke auch, dass ich hier nicht einsteigen werde. Das ist also jetzt meine Meinung. Ihr müsst natürlich selber wissen, was ihr davon haltet. Und übrigens würde mich total freuen, wenn ihr das auch mal unten in die Kommentare schreibt, wie ihr Libra Finance so findet. Ob ihr Lust habt, da einzusteigen. Und ansonsten auch alle anderen Fragen. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Bis demnächst. Alles Gute. Tschüss. 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 Vielen Dank.